Benutzt keine Haftcreme mehr für eure Zahnprothesen. Es gibt tatsächlich ein viel besseres Produkt, das auch von Zahnärzten empfohlen wird. DINABASE 7 ist eine professionelle Alternative zu Haftcreme, die jeder selbst auftragen kann. Anders als bei herkömmlichen Haftcremes bleibt dieses Gel ganze 7 Tage auf der Prothese. Man muss es also nur einmal pro Woche neu auftragen. Obwohl DINABASE 7 für die komplette Woche auf der Prothese bleibt, kann man sie natürlich täglich herausnehmen und gründlich reinigen und dann weiterverwenden. DINABASE 7 ist für Voll- und Teilprothesen, also für die untere und obere Zahnprothese hervorragend geeignet. Das Gel füllt den kompletten Hohlraum zwischen Kiefer und Prothese aus und sorgt somit für eine komplette Unterfütterung der Zahnprothesen. Ich kann das Haftgel wirklich jedem empfehlen, der eine Zahnprothese hat.